Heute stellen wir Ihnen eine Studie vor aus Lancet Diabetes Endocrinology von Mingao und Mitarbeitern der Zusammenhang zwischen Body Mass Index und Covid-19 Schweregrad bei sechs bis 9 Millionen Menschen in England, eine prospektive Kohortenstudie. Gewichtsstörungen können zu einem schweren Verlauf von Covid-19 führen. In einer Kohortenstudie an britischen Hausarztpatienten stieg das Risiko auf eine Hospitalisierung bereits unterhalb der Schwelle zum Übergewicht ein. Das Sterberisiko war laut dem Bericht in Lancet Diabetes and Endocrinology ab einem mäßigen Übergewicht erhöht. Eine Adipositas wurde bereits zu Beginn der Pandemie als Risikofaktor für Covid-19 erkannt. Die meisten Studien beruhten jedoch auf Vergleichen unter hospitalisierten Patienten, was leicht zu Verzerrungen führen kann. Es wurden deshalb die Daten von 6,9 Millionen Menschen bzw. Patienten aus 1.500 Hausarztpraxen in England ausgewertet, von denen 13.503 wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert und 1.601 auf einer Intensivstation behandelt werden mussten. Insgesamt 5.479 Patienten starben an oder mit Covid-19. Die Analyse ergab, dass das Hospitalisierungsrisiko bereits ab einem Bodymess-Index von 23 kg pro Quadratmeter linear anstieg, also bereits unterhalb der Grenze zum Übergewicht, die bei 25 kg pro Quadratmeter liegt. Das Sterberisiko war ab einem Wert von 28 kg pro Quadratmeter erhöht, also unterhalb der Schwelle zur Adipositas. Haushaltspatienten mit Untergewicht hatten ebenfalls ein erhöhtes Hospitalisierungs- und Sterberisiko. Für die Notwendigkeit einer Intensivbehandlung war kein Schwellenwert des BMI nachweisbar. Die Auswirkungen von Übergewicht und Adipositas waren bei jüngeren Patienten am deutlichsten. Mit zunehmendem Alter nahm der Einfluss des BMI auf das Risiko in den drei Kategorien Hospitalisierung, Intensivbehandlung und Tod ab. Bei über 80 Jahren scheint es kaum noch einen Einfluss auf den Krankheitsverlauf zu haben. Der Einfluss des Übergewichts auf den Verlauf der Krankheit war weitgehend unabhängig von einem Typ 2 Diabetes oder anderen Vorerkrankungen. Das Risiko lässt sich deshalb nicht auf metabolische Störungen wie etwa eine Insulinresistenz zurückführen. Warum Übergewichte und Adipöse Menschen häufiger schwer an Covid-19 erkranken, ist bislang noch nicht geklärt. Weite Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikation im Lancet Diabetes and Endocrinology. werden wir beim nächsten Mal sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal.